In weißer Schrift, unsere Athletinnen und Athleten genießen vollständigen Impfschutz und sind tagesaktuell negativ auf eine mögliche Corona-Infektion getestet. Beweglichkeit und Entspannung, Lockerungsübung mit Karin und Nadine. Hallo, wir zeigen euch jetzt Bewegung, Beweglichkeit und Entspannung. Die Karin zeigt euch die erste Übung. Wir machen den Katzenbuckel. Die Übung kann man im Sitzen oder auch auf allen Vieren durchführen. Nadine setzt sich auf einen Stuhl, Karin geht in die Knie und stützt sich auf die Hände. Man nimmt die Arme so weit wie möglich an den Knien, das Kinn auf die Brust und den Rücken rausstrecken, halten und fallen lassen. Die Übung machen wir jetzt noch zweimal. Die blonde Nadine, die Hände in die Hüften gestützt, legt das Kinn auf die Brust und krümmt den Rücken. Das tut echt gut. Dann streckt sie sich und zieht die Schultern zurück. Okay, ich bleibe bei der zweiten Übung jetzt auch gerade sitzen. Die Karin stellt sich schon wieder fleißig auf. Und zwar nehmen wir jetzt die rechte Hand nach vorne, strecken den Zeigefinger aus und schauen mit unseren Augen den Zeigefinger an die Spitze. Wir beginnen im Uhrzeigersinn zu drehen. Ihr Arm rotiert in kleinen Kreisen. Wir verfolgen nur den Zeigefinger mit den Augen. Der Kopf bleibt fest. Karin, kinnlanges, hellblondes Haar, lässt ganz langsam ihren rechten Arm vor dem Körper kreisen. Größere Kreise machen. Macht's in eurem eigenen Tempo. Okay, und wir schütteln mal aus. Kommen wir zur dritten Übung. In der dritten Übung stellen wir uns wieder hin. Haben die Füße leicht geöffnet. Gehen jetzt mit den Händen langsam nach vorne, nach unten und rollen uns Wirbel für Wirbel ab. Langsam senken sie den Kopf zur Brust und beugen sich mit nach unten gestreckten Armen vor. Bis wir zu unseren Zehenspitzen kommen. Und kommen langsam wieder nach oben. Das tut echt gut. Das machen wir gleich nochmal, Karin. Ja. Und langsam wieder nach unten. Und wieder nach oben. Das war richtig entspannt. Mal sehen, was die nächsten Übungen mit sich bringen.